Sucht, Rupp. Adias, Leute. Sie suchen noch. Dann sind wir nicht zu spät. Holen wir uns Adia, bevor ihr in Barkovs Keller einen dritten Weltkrieg anzettelt. Bleibt dran. Alles ruhig. Also hat Adia bereits die Kontrolle. Ob Barkov hier ist? Geht davon aus. Wenn nicht, dann bald. In Barkovs Haus wird es vor Alcatala wimmeln. Am besten nutzen wir die Dunkelheit. Bleib unsichtbar und greif nur an, wenn du musst. Wenn Adia in Barkovs Haus ist, müssen wir versuchen, ihn zu finden. Es sind Schüsse gefallen. Los. Durch dieses Tor kommen wir rein. Schieß auf die Lampe. Wir nutzen die Dunkelheit für Deckung. Gehen wir. Alcatala voraus. Nicht schießen. Zu viele. Bleibt in Deckung. Meise das Licht. Weiter. Bleibt unsichtbar. Kein, hier lang. Bleibt im Dunkeln. Außer Sichtweite. Ich kann ja nicht so viel reden, wie ich eigentlich möchte. Wir müssen den Strom kappen. Benutzt den Sicherungskasten an der... Ja, ist... Radio. Rückzug ist abgeschnitten. Schieß die Lampe aus. Das wird sie ablenken. Warte bis sie gehen. Okay, sie trennen sich. Zwei auf der rechten Seite. Erledigen wir die zuerst. Alles gesichert. Weiter. So macht das... So macht das Laune. Da vorne ist der Aussichtspunkt. Weißt du, so macht das Laune. So im Schleichen, im Stealth-Modus. Alter, der in Armwesen. Ein Moment. Da ist das Anwesen. Oh, ne Shit. Womit wir es zu tun haben. Was haben wir, Boss? Haupthaus ist friedlich. Aktivitäten am Uhrenturm, in der Kirche und beim Pool. Abseilen. Ich behalte dich im Auge. So, los, äh, äh... Geht's. Ich hab keine Ahnung, wovon sie reden. Ah, keine Ahnung. Schuss hier aus. Alles sicher. Ein bisschen langsam, aber ja. Vorsicht, sie sind in der Überzahl, aber du kannst dich zurückziehen, wenn es zu haarig wird. Ah ja, das kriegen wir hin. Nehmen wir jetzt mal den Momentum. Ich hab die Lampen für dich ausgeschossen. Natürlich, danke. Danke. Ich kann ja das Licht meiden. Ohrenturm voraus. Den schnapp ich mir. Schön. Er ist erledigt. Suche ein Sicherungskasten. Den Strom zu kappen wird uns ein Vorteil verschaffen. Klingt, als hätte Alcatala eine Geisel. Seh nach, ob hat ihr da ist. Vielleicht hat er Barkov. Sucht beim Uhrenturm nach dem Gefangenen. Mach ich, mach ich. Sichtkontakt verloren. Du bist vorerst auf dich gestellt. Keine Spur von Nadia. Aber sie haben eine Geisel. Finde heraus, was die Geisel sagt. Die Information kann uns zu Barkov führen. Ich verrate. Meine Familie ist am Ende. Seh nach, ob die Bapul und Kirche in bessere Verfassung sind. Achtung, in dem Fahrzeug sitzt eine Alcatala-Patrouille. Halte dich fern. Dein Zeiter nur noch die Beinzieher. So kannst du besser unentdeckt bleiben. Ja, aber dann mach doch wenigstens alle weg. Gut gemacht. Danke, danke. Gerne geschehen. Danke, danke. Sie verhüben Angefangenen in der Kirche. Sie wissen, dass etwas nicht stimmt. Halt den Kopf unten, damit sie dich nicht finden. Sie wissen, wie Sie die Aufmerksamkeit finden. Halt den Kopf? Dr. Bühnen. Achina. Wo ist diese Abnahme? Ist. Aus. Der gehört mir. Nein, der meiner. Sie ist nachdemokratisch. Gute Nacht. das war knapp glaube ich gibt es da bestimmt auch noch ja das hättest du mal ein bisschen früher machen können ja gut eine eigene tötungs ich habe die ganze nachtzeit siehst du das du musst mir nur sagen wo Bartow ist ich will seinen Standort wo ist er du wirst es mir sagen nach ob er noch reden kann meine Familie die Geiseln gehören zu Barkows Familie Barkows Leute waren in Adiers Haus jetzt ist er in ihrem geh zum Pool wenn sie eine Geisel haben wird sie nicht mehr lange am Leben bleiben oh bleib unten so bist du schwerer zu sehen ich kann mich nicht mehr ich kann mich nicht mehr ich kann mich nicht mehr oh zu deiner Linken ist ein Feindwagen feindlicher Wagen nicht angreifen das ist krass okay 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 und was er will hier nicht sterben kann er vielleicht doch reden nö schade ich dachte jetzt wo er dann halt sagt er will nicht sterben oh oh shit oh shit oh shit wenn du unten bleibst gibst du nicht so ein großes Ziel ab ja sagt los ja sagt los kaum Aktivität in der Nähe des Haupthauses du kannst es umgehen so kannst du besser unentdeckt bleiben nett von dir ich sehe einen Feind rechts das ich stehe dort das und die des die auf w da Läuft soweit ja ganz gut. Soweit noch, ne? Da bin ich's. Da muss ich ja jetzt auch mal machen. Bestimmt wieder einen Sicherungskasten, ne? Ja. Was ist das? Zum Pool, Sergeant. Wenn die eine Geisel haben muss, dann zieht sie Zeit davon. Ich muss ganz schnell zum Pool, ey. Beste Waterpool? Ja. Ja. Warnig! Warnig! Sie könnten eine Geisel beim Pool haben. Bewegung? Ja, bin doch dabei. Der Pool ist im Westen. Was ist auch los? Klingt als wäre unser Mann da drin. Geh rein und hol ihn raus. Sie verschärfen die Sicherheit. Al-Katala-Patrouillen sind vom Haupthaus auf dem Weg zu dir. Kein Anzeichen von Hadi. Finde heraus, ob die geile Wahlkampf verraten wird. Ja, natürlich! Auf einmal wieder! Oh, es ist kotz drin, ey. Gebt dir Deckung. Sie haben Verstärkung gerufen. Fünf Ziele verlassen das Haupthaus. Ah, der muss wohl aufs Sitz. Schweres Geschütze, oder? Das war ein Stich ins Westen, Kai. Jetzt sind sie hinter dir, Herr. Sie können doch sprechen. Kann ich mir jetzt auch mal? Die Konfuzios, ey. Mehr Informationen haben wir nicht. Geh nach ganz oben im Haus. Wir treffen uns dort. Hier ist jetzt alles beleuchtet wie in einem scheiß Fußballstadion. Habt ihr den zweiten Stock sofort? Ich arbeite daran. Gebt dich in den zweiten Stock. Wir müssen uns beeilen. Jetzt bin ich... Ach, komm, ey. Ich werde das nicht mehr schrauben. Ich werde das nicht mehr schrauben. Bis auf einmal setzen die alles ein, Robert. Was ist das? Es ist ein Stab, wir sind ein Stab. Ich bin unterwegs in den zweiten Stock. Verstanden. Feuer einstellen. Ich bin oben. Ja! Was ist das für ein Scheiß, Mann? Ja. Ich weiß, wo das Gas herkommt. Ich habe den Standort. Das ist Barkovs Chemiefabrik? Ja, ich will sie zerstören. Wir sind auf derselben Seite, Captain. So nicht. Dann helft uns. Bitte, helft meiner Schwester. Leise. Runter! Das sind Barkovs Männer. Ich kenne einen Ausweg. Die Tunnel in Norden. Ich habe dich im Auge gehabt, ihr. Verarsch mich nicht. Die Tür klemmt. Keim, die Tür klemmt. Schnell. Ja. Das war ein Stich ins Westen, der Stadier. Dafür wird Barkov Kämpfe fordern. Achtung! Und er springt einfach runter, weiß ich. Wir müssen hier weg! Sofort! Schieß weiter auf die Russen! Hilf gerne! Geh Bedeckung! Bist du verletzt? Auf die Beine! Wir verschwinden hier! Komm schon, komm schon, komm schon! Dann werden wir nicht mehr auf die Russen! Dann werden wir nicht mehr auf die Russen! Wir müssen hier auf die Russen! Dann werden wir nicht mehr auf die Russen! Er hat ja politisch zogen! Sie sind ungeschützt! Wir werden die Russen! Ich muss nachladen! Der Ausgangstunnel ist im Norden. Weiter! Nach dem Beidrück. Geht durch die Gebäude, ja! Geht durch die Gebäude und auch die Bereiche vermeiden! Ziege, 40 Meter Entfernung! Ja bitte! Geht durch die Gebäude! Alter! Das ist echt ein Do-die-A-Solo, aber... Sie sind innerhalb der Grenzen! Ich sehe den Tunnel! Rackissen im Anflug! Verschlossen! Du schreifst mit mir das Labor an, ja? Vergiss es! Du bist erledigt! Captain! Für dich gibt's kein Zurück, Hadi, das weißt du! Aber ihr tut das Richtige, ja? Boss! Wir bringen das zu Ende, oder? Wir brauchen Hilfe! Hoffen wir darauf! Geh! Ach! Ach! Geh! Ach! 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 Sie sind! Ach! 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 Guillem! Vielen Dank.